Wir haben ein E-Book für die Sekundarstufe 1 gestaltet, welches einen schrittweisen Aufbau des Programmieren-Lernens ermöglicht. Unsere Beweggründe? Im Zuge unseres Hochschullehrganges und der Schulpraxis durften wir bereits viele Tools, Apps, Ideen und Inputs zum Schwerpunkt Coding und Robotik kennenlernen. Nun stellt es sich für uns aber die Frage, wo beginne ich und wie kann ich das Programmieren Schritt für Schritt auf spielerische und motivierende Weise den Schülerinnen und Schülern vermitteln bzw. Lehren. Unsere Ziele? Zum einen der schrittweise Aufbau vom ersten analogen Befehl bis hin zum textbasierten Programmieren, zum anderen der nahtlose Übergang der einzelnen Programmierschritte und differenziertes Lernen durch individuelles Lerntempo, Arbeiten in verschiedenen Sozialformen und das differenzierte Aufgabenangebot, eben durch Hilfestellungen, Anleitungen, vertiefende weiterführende Aufgaben oder offene Aufgabenstellungen. Anhand unseres praxisorientierten E-Books wollen wir nun diesen schrittweisen Aufbau des Programmieren-Lernens näher erläutern. Unser E-Book Schritt für Schritt in die Welt des Programmierens soll einen stufenweisen Aufbau und einen roten Faden für den Coding- und Robotikunterricht bieten. Wichtig war uns hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig und vor allem in ihrem eigenen Tempo und Leistungsniveau arbeiten können. Dazu haben wir auf Differenzierung in den verschiedenen Bereichen großen Wert gelegt. Das E-Book bietet einen stufenweisen Aufbau von unplugged über symbolbasiert und blockbasiert bis hin zum textbasierten Programmieren. Unser E-Book startet ganz klassisch und allen bekannt mit dem blinden Roboter. Eine kurze Erklärung oder auch eine Einführung durch die Lehrkraft reichen aus und die Kinder können bereits aktiv werden. Zur Umsetzung sind lediglich Tücher zum Augenverbinden notwendig. Die soziale Komponente kommt hierbei keinesfalls zu kurz. Nach unseren Erfahrungen ist jedoch zu beachten, dass zwischen den Schülerinnen und Schülern eine Vertrauensbasis bestehen sollte. Differenzierung ist hierbei durch den Umfang der verschiedenen Befehle oder beispielsweise Hindernissen möglich. Nicht vergessen, die Kinder müssen alle Codes aufschreiben und in Anschluss sollen auch immer die Positionen, die Rollen getauscht werden. Ebenso wohl bekannt ist die nächste Stufe, die B-Bots. Wir alle kennen sie, wir alle lieben sie. Individualisierung und Differenzierung kennen hier keine Grenzen. Ein paar wichtige Punkte sind jedoch nicht außer Acht zu lassen. Es wird in zweier Teams gearbeitet. Die Begriffe Coder und Operator werden eingeführt. Wie beim blinden Roboter sollten auch hierbei die Rollen regelmäßig getauscht werden. Ein Raster für die Befehle ist direkt aus dem E-Book zum Downloaden und für alle Aufgaben zu verwenden. Neben den Buchstaben als klassische Aufgaben mit den B-Bots haben wir mit der Erstellung eigener Matten im fächsübergreifenden Unterricht tolle Erfahrungen gemacht. Die Schülerinnen und Schüler können selber kreativ werden und in der Herstellung eigener Aufgaben zu ihren Matten die Individualisierung im Coring- und Robotikunterricht demonstrieren. Nachdem die Schüler nun Erfahrungen mit einfachen direkten Befehlseingaben an B-Bots gemacht haben, lernen sie nun das Programmieren auf blockbasierter Ebene. In der Programmierumgebung von WeDo erstellen sie ihre ersten Programmblöcke und steuern mit Hilfe der Bluetooth-Verbindung die selbstgebauten Robotern. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen steigert sich mit jeder weiteren Aufgabe. Um den Schülern aber auch hier ein selbstständiges differenziertes Arbeiten nach eigenem Tempo zu gewährleisten, haben wir in jeder Übung Tipps sowie Lösungen und auch erweiterte Aufgaben, Forscheraufgaben eingebaut. Auch Code.org bietet eine Programmierumgebung, in welcher Schüler auf blockbasierter und auch bereits textbasierter Ebene Programme erstellen und am Online-Simulator wiedergeben können. Hier kann das blockbasierte Programm in JavaScript angezeigt werden. Es bietet somit einen nahtlosen Übergang zum textbasierten Programmieren. Anhand dieser Übung kommen die Schüler mit der ersten richtigen Programmiersprache, sprich JavaScript, in Kontakt und lernen bereits erste Programmierbefehle in dieser Sprache kennen. Auf der Programmierplattform CodeMonster oder CodeComfort werden schließlich Animationen und kleine Spiele mithilfe von JavaScript oder Python programmiert und am Online-Simulator wiedergegeben. So wird ein nahtloser Übergang vom spielerischen Programmieren in die Welt des fortgeschrittenen Programmierens geschaffen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.